so mein lieben und damit herzlich willkommen zurück hier zur zweiten folge vom football manager mit dem sv werder bremen und mit mir eurem easy dlp wir machen da weiter wo wir eben aufgehört haben wir sind eigentlich immer noch genau am anfang wir wollen uns um taktik und training kümmern wollen uns um mitarbeiter kümmern jetzt müssen wir hier erst mal wir können uns um trainingsspiel um freundschaftsspiele wir können unsere pressekonferenzen um spielfeldinterviews kümmern wir uns auch das machen wir jetzt mal alles selber das machen wir auch selber entscheidende vertragsverlängerung von mitarbeitern übernimmt verhandlungen hier und jetzt machen wir auch selber beim training waren wir eben schon medizinischen abteilungen zu gucken ob wir hier auch irgendwas machen müssen die medizinische abteilung ist der ort an dem sie die arbeit unseres teams einsehen können welche dazu beitragen die spieler im besser körperlicher verfassung zu halten im schnitt würde ich bei der ersten mannschaft ungefähr 75 verletzungen pro saison erwarten alter verwalter sobald die saison geläuft werde ich sie auf dem laufenden halten wir wie wir uns im vergleich zu diesem durchschnittswert aber auch im vergleich zum rest der liga schlagen okay ja wir sehen wir haben einige verletzte was heißt einige fünf dafür aber ein bisschen länger drei bis vier monate ist dort nie verletzt sieben wochen bis drei monate martin harnik fünf bis sechs monate fehlt finn bartels noch ebenso erin johansson und stefano scappino fehlt noch vier bis sechs monate hui 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 gut das sind auf jeden fall schwerwiegendere verletzungen besonders bitter wie ich finde martin harnik und finn bartels capino kann man schlecht einschätzen weil der ist ja der komplett unbekannt eigentlich allerdings haben wir trocken ja sowieso ein top torwart also gut terminplan haben wir uns schon angeschaut wettbewerbe sind wir natürlich in der bundesliga und wir sind im deutschen pokal hier sehen wir auch den vertrauen dem vorstand den das vertrauen des vorstands meine güte aktuell steht es noch bei 50 prozent und das ist unser erster gegner im dfb pokal okay gucken wir uns später an weil das ist noch ein bisschen hin den scouting bereich ihre scouting abteilung für ist verantwortlich für das finden potenzieller neuer verpflichtungen aufgaben und berichte werden von einem engagierten team durchgeführt und eingereicht dabei analysieren sie weitläufig spieler um sinnvoller und berichte von spielern das ist jetzt schon ein bisschen wichtiger glaube ich das lese ich mir mal eben tatsächlich durch derzeit haben sie sechs empfehlungen zur ansicht jeder gescoutete spieler wird von ihren scouts auf einer skala von 0 bis 100 bewertet okay das paket das man besitzt bestimmt die anzahl der bei der suche verfügbaren spieler zudem werden mehr informationen über sie bekannt wie zum beispiel spieler rollen die die jugendpakete umfassend spieler die 21 jahre oder jünger sind eier und um das kostet aber ganz schön viel aha okay das ändern wir jetzt auch erst mal nicht ich würde das scouting tatsächlich abgeben wollen erst mal ich gehe davon aus dass wir uns trotzdem natürlich noch nach spielern umschauen können so ja komm mal hier haben wir auch schon einen spieler die chance dankowitsch wie auch immer das ausgesprochen wird bekanntes talent ok berater könnte eine verhältnisse ja der gute alte berater spricht die sprache fließend zeigt regelmäßig ein entschlossenes auftreten ist aktueller nationalspieler wird sich wahrscheinlich in die kerngruppe des kaders einfinden können geschätzter preis zwischen 3,7 und 7,25 millionen ok und das hier ist hier ist die bewertung also 76 ist ja gar nicht so schlecht er hat das potenzial um eines tages ein guter spieler bundesliga zu werden wäre eine sehr gute verpflichtung ok jetzt ist die frage wo kann ich denn den nächsten erstmal angucken ich will ja jetzt nicht sagen ob ich den ablehnen will oder nicht hier bestimmt ne doch nicht das ist die spielersuche an sich liste hier so sehr schön hier haben wir das mal ein bisschen übersichtlicher so da haben wir also ein torwart ok da haben wir brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht und ich möchte jetzt aktuell eigentlich auch kein kaufen ich will tatsächlich eben noch einen kleinen moment erstmal alles andere testen und machen und bevor wir jetzt hier geld für neue spiele ausgeben wobei son 76er wäre eine sehr gute verpflichtung obwohl wir dann natürlich mit schein und barkfrede zwei top spieler haben und da kümmern wir uns später drum ich würde mich tatsächlich jetzt erstmal hier für taktik und training und taktik und training bemühen denke das jetzt in diesem moment erstmal wichtiger insbesondere im hinblick darauf dass wir ja auch eine ein test spiel vereinbaren wollen bzw vereinbart haben muss mal gucken ob das schon angenommen wurde also lassen sie uns eine taktik erstellen hier sind einige gängige taktische stile die ihnen als grundlage für ihre eigenen für ihren eigenen ansatz dienen können sie haben hier aber auch die volle kreativen freiheit eine an sie okay also müssen wir uns erstmal einen taktischen stil aussehen ja tikitaka ich glaube das brauchen wir nicht versuchen langer hafer nee ich bin ja eher so in richtung offensiv immer ich würde sagen dass wir versuchen mit dem ball zu spielen wie sind hier die lilanen ja gehe ich von aus das kann man ja im im am ende immer noch ein bisschen umstellen sag ich mal grund ausrichtung kontrolliert das ist schon mal gut kürzeres passspiel und das spiel auf aus defensive geduldig spielen etwas geringeres tempo kürzer ist ja ok jetzt können wir hier erstmal einstellen welche formation wir haben schätze mal das können wir gleich auch noch abändern weiß ich jetzt aber nicht ganz genau deswegen würde ich aber tatsächlich schon zu einem 4 1 4 1 tendieren hier sieht man wie detail tief das aber schon ist wir haben ball spielenden verteidiger wir haben vorgeschobenen spielmacher und vorgeschobenen achter hier wir haben ok das ist tatsächlich alles auch ein bisschen anders bezeichnet was haben wir denn hier noch für möglichkeiten wir können ja auch eine eigene machen schätze ich mal auf jeden fall spielen wir mit vierer kette das steht schon mal fest also da brauchen wir uns auch gar nicht mit mit einer dreier kette oder einer fünfer kette beschäftigen nee ich tendiere doch tatsächlich zu einem 4 1 4 1 nein nein wir bleiben hier beim 4 1 4 1 würde ich hier an dieser stelle tatsächlich sagen so ah ja und jetzt kommen wir hier also zur zur aufstellung ok hier ist komplett leer hier ist noch gar nichts interessant auto aufstellung nein das machen wir nicht wir machen das alles selbst so wir machen erstmal die grund aufstellung leute und da sehe ich kuse erstmal vorne drin wir haben wir mit mit martin harnik haben wir ein spieler der leider verletzt ist auf der linken seite wie lange ist der denn noch im urlaub eigentlich bis zum 23 juli ok wir machen erstmal hier unsere grund aufstellung bringe raschica und kainz auf den flügeln natürlich spielen wir mit davy klasen kann ich den auch hier rüberschieben ah ja habt ihr gesehen wir können hier natürlich auch so ein bisschen umstellen ich möchte hier bitte maximilian eggestein haben und würde hier spielen mit ja das ist jetzt die frage man sieht hier man kann hier schon deutlich erkennen wie wie detailliert das alles ist ach guck mal hier können wir das auch machen siehst du ja ich mache es jetzt hier weiter wir haben hier auf der linken seite haben wir natürlich augustin zorn das ist ganz klar ach so der ist noch im urlaub aber ich glaube das spielt keine rolle das geht hier jetzt nur um die grund aufstellung hoffe ich ich gehe mal davon aus dass wir das irgendwie wie man das vielleicht von fifa kennt immer vorher noch mal für diesen einen spieltag abändern können also glaube ich ich weiß es natürlich nicht das müssen wir alles zusammen rausfinden wir spielen hier mit mäusern dann natürlich wir spielen eigentlich kann man schon fast sagen mit der aufstellung wie sie auch tatsächlich ist wobei ich überlegen langkampf zu nehmen nein wir bringen wir bleiben erstmal bei uns bei der standard ausstellung nenn ich es mal immer natürlich robert bauer haben wir noch der ist doch der spieler beim ersten fd nürnberg mittlerweile schon und zander wurde doch verliehen wie kann denn das sein dass wir den hier noch drin haben das ist übrigens ein punkt wo wir uns auch noch natürlich drum kümmern müssen welche spieler wir verleihen wollen damit ich vielleicht auch spielpraxis sammeln ne so würde ich die tatsächlich erst mal gerne noch lassen und dann brauchen wir natürlich noch ersatz ne das war so nicht geplant ich dachte eigentlich ich könnte jetzt hier einmal die position auswählen dass ich mal eben torheater haben möchte hier nach position na gut dann machen wir das so jetzt muss man ganz kurz den torwart suchen äh capino ist ja verletzt ah jetzt haben wir natürlich das schöne dass zetera auch verletzt ist was im umkehrschluss bedeutet wir haben gar keinen keeper weil plukmann ist hier nicht im kader ach guck mal hier können wir die startart ausblenden das ist doch gut luker plukmann ist nicht hier dabei das kann ja gar nicht richtig sein oder habe ich den jetzt übersehen lassen wir kurz schauen der ist noch fest bei der bei der bei der u23 kann er sein jetzt muss natürlich mal ganz kurz gucken wie ich jetzt hier ne das will ich ja nicht spiele hinzufügen hier ok von hier geht das nicht dann muss ich jetzt mal eben tatsächlich gucken mannschaft geht das hier ne mannschaftsgefüge auch nicht ok der zusammenhalt ist aktuell ganz schlecht ok da müssen wir mal gucken warum so jetzt ist natürlich hier tatsächlich ah hier guck mal hier müssen wir mal gucken wer da zwei so jetzt muss man natürlich mal schauen wie können wir denn jetzt einen spieler in die profi mannschaft verschieben das geht ja bestimmt vertrag übersicht interaktion spieler loben gehen auf interaktion keine spieler gespräche zur verfügung ja jetzt wäre natürlich mal super ob wir den irgendwie hier bei unter entwicklung siehst du so lernen wir alle noch was dazu in kader vom sv werder verschieben sind sie sicher plog man zum ja so quatsch ne wir waren hier bei taktik waren wir ja schon das würde ja jetzt bedeuten wir müssten hier einen luka plog man haben um eben die torwart position besetzen zu können oder auch nicht gut haben wir jetzt leider nicht gerade ich weiß nicht warum mannschaft klop man hier ist ja doch von hier können wir den auch als als habe ich den vielleicht gleich gerade eben einfach nur übersehen ja jetzt ist er da super nee alles gut dann haben wir es denn haben wir es so wir haben zwölf ersatzspieler ist das so richtig es sind doch eigentlich keine zwölf okay aber wir nehmen natürlich auf jeden fall lang kam mit der uns dann als ersatzverteidiger zur verfügung steht wir nehmen natürlich auch nur risha hin mit wir packen auch den claudio pizarro nehmen wir mit wir nehmen osako mit die verletzten brauchen wir glaube ich noch nicht da rein packen johannes eggestein möchte ich gerne da mitnehmen und die frage ist vorm spiel werden wir wahrscheinlich noch aussortieren müssen könnte ich mir ganz gut vorstellen weil wir ja keine zwölf ersatzspieler mitnehmen können äh dem akku friedl nehmen wir auch mit müllwald so gut ich glaube da wir die verletzten spieler da jetzt glaube ich erstmal gar nicht mit rein nehmen müssten oder geht das lassen wir testen hannig macht ja eigentlich keinen sinn wenn er verletzt ist das dauert ja bei dem eh noch ewig möglichkeiten das waren es in vier vier monate oder so was vier bis fünf monate dann nehmen wir petzers und karlio da noch mit akku wir können noch einmal nehmen das passt ja können wir ohne käufe auch mitnehmen sehr schön so dann haben wir das ja tatsächlich erledigt was ist das hier oben für ein button geeignete einwerfer ok so wir haben jetzt erstmal alles besetzt regeln für freundschaftsspiel gegen fc st pauli so und jetzt können wir hier jetzt können wir hier aber richtig noch was einstellen leute wahnsinn analyse also ok 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 wir sehen unfassbar viel können wir hier einstellen ich ja unterstützen angreifen über die außenspielen offensiver positionieren das finde ich gut also die voreinstellungen sind schon mal gar nicht so gut das sollten wir so machen und das sollte selassie genauso machen unterstützen genau dann haben wir hier die sollen genau verteidigen verteidigen das ist schon mal richtig die v6er position halten das finde ich auch gut also die voreinstellungen sind schon mal gar nicht so schlecht box to box zurückgezogen was haben wir denn hier alles wir lassen es erstmal so die sollen natürlich angreifen 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 genau so also leute man kann das hier schon mal ganz klar sehen äh wie viele wie viele möglichkeiten wir haben hier irgendetwas einzustellen die folge geht schon wieder 20 minuten wir haben nur die taktik gemacht gerade das tut mir wirklich leid dass wir im prinzip aber ihr seht ja wie detailliert dieses spiel ist äh und dementsprechend man muss sich ja im prinzip um um diese ganzen punkte kümmern das bleibt ja nichts wir wollen ja gewinnen am ende der saison ja wir wollen ja ach ich glaube meister wird ein bisschen schwierig aber warum nicht so was haben wir hier fortfahren nein ich will noch nicht fortfahren ich möchte eigentlich mich jetzt um das training kümmern obwohl das auch keinen sinn macht wir sind schon bei 20 minuten jetzt nein wir machen jetzt einmal die taktik hier weiter zu ende und machen in der nächsten folge kümmern wir uns um das training so wir wollen ah hier können wir auch anweisungen geben nehmen wir jetzt mal den hier ok anweisungen über außen spielen ich würde nämlich jetzt ganz gerne wissen wo wir zum beispiel sagen können hier du machst einwürfe äh dribbling nein tursche dribbeln sollst du nicht aus der von der grundlinie von der grundlinie aus flanken ist glaube ich besser über die außen spielen ist auch richtig genau spielbereit machen enger stehen ok ok offensiver positionieren das finde ich auch gut aber hier steht nix davon vom einwerfen also das lassen wir erstmal so einwürfe ok hier kann man das nicht einstellen oh hier haben wir aber diverse informationen über den spieler alter verwalter nichtsdestotrotz weiß ich jetzt immer noch nicht wo wir einstellen können wir die einwürfe und so weiter macht standardsituation aber man muss einfach nur ein bisschen lesen leute jetzt muss ich nämlich mal ganz kurz gucken wo stelle ich denn ein wer füllt entsprechend seine position in der staatelf diese ausgabe auf aufgabe ausnehmen will ja nichts max kruse ach hier haben wir die siehst du äh so selassi macht die ne selassi macht die nicht ich würde fast sagen heißt das der macht die ecke jetzt ne doch ne ich würde gerne dass der die ecke macht nein du sollst die ecke schießen muss ich das hier machen kostet was ne 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 alles gut alles gut mein fehler das war so richtig das war es mir so wir können hier umstellen auf verteidigen bzw angriff ja da können wir die eigentlich auch keins machen lassen der kann die ja eigentlich auch ich würde aber das gerne mal mit augustin song probieren tatsächlich und jetzt steht er hier auch noch das geht ja nicht so wo haben wir denn jetzt keins das sind die verteidiger von rechts hier da ist der keins und ecke schenke damit ein ok und von der anderen seite soll die bitte auch augustin zu machen und da möchte ich aber auch dass wir ne pass auf das machen wir anders äh keins setzen wir vorne mit rein ne der macht ja die ecke das macht ja gar keinen sinn äh ich möchte gerne dass barkfrede dann mit hinten bleibt genau und von der anderen seite machen wir eigentlich das gleiche szenario da möchte ich auch dass barkfrede mit hinten absichert so den rest hier was freistöße äh einwürfe und elfmeter angeht das machen wir beim nächsten mal freunde ähm sonst wird die folge einfach zu lang und in der nächsten folge machen wir dann auch ähm natürlich ähm fangen wir mit dem training an ja ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja bitte lasst äh ein feedback da in welcher form auch immer und äh wie gesagt auch verbesserungsvorschläge kritik und so weiter und so fort solange es gesachlich ist ist alles grün also liebe leute bis zum nächsten mal macht's gut ciao ja 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 ja